Nichts als ein tropfender Ausguss, eine leere Flasche, Euphorie, Jugend eingesperrte, erstochen, kahl geschworen, angelärmte Worte, aufgebahrt für den Tod. Eine alte Krankheit, sie prallt sich aus, und leucht den ganzen Körper, und eure Träten aus. Manche werden sich groß, und sie sind überhaupt nicht schön, doch das Schlimmste nicht, jetzt kann sie jeder sehen, jeder sehen, jeder sehen. Er schreckt in alle, und nachdurch er pürzt, wie konnte das geschehen, man hat doch nichts gemerkt. Die Nachbarn gucken böse, und alle wissen genau, die Bäume müssen weg, sie müssen weg, sie müssen weg, sie müssen weg. Doch der Typus kann überleben, solange wir nicht bei den Wurzeln packen. Das Füchse, der Wärme kämpft, und der Körper ist noch vor Seuch, die Krankheit ist der Mond, der Sack hat diese Anmöglichkeit, und erzeugt. Und ich wollte keine, volle Menschen, müssen vier Gesachen bekämpfen, und den Körper heilen. Doch das geht an, wohl doch vorbei, doch das geht an, wohl doch viel zu weit.